Wir dürfen Frank Stronach heute auf einem privaten Spaziergang begleiten. Ein Privileg, für das ich mich recht herzlich bedanken möchte. Da haben sie auch allen Grund dafür. Aber kannst du gleich nützlich machen. Da, einmal um den Stein. Ja, gerne. Wofür das? Ich suche immer noch Kandidaten für Martin Stronach. Nicht muss ich unter jedem Stein nachschauen, jeden Stein umschauen, nachschauen, ob er drunter liegt, den ich brauchen kann. Leider nur Asseln. Ja, ich werde mir vormerken, wenn ich brauche Kandidaten für den Bundesrat. Sie haben bei einem Vortrag erwähnt, dass Sie gerne in den Wald gehen und sich dort auf einen Baum zu setzen, um zu beten. Ich spreche viel mit Gott, ja? Ja, gern. Ah, da, schau her. Ah nein, das ist nur der Peter Westenthaler. Der ist noch nicht fertig kompostiert. Ach so. Worüber reden Sie denn mit Gott? Nein, er stellt mir viele Fragen. Gott stellt Ihnen Fragen? Nein, er will ja die Wahrheit wissen. Gott ist allwissend, deshalb weiß er auch, von wem er die Wahrheit erfährt. Das Gespräch mit Gott ist Ihnen also wichtig? Na, für ihn ist es wichtig. Der Bullrich, gell, mit dem, ist ein tüchtiger Kerl, der kommt aus ganz einfache Verhältnisse, der ist geboren auf eine Strohsack, der Vater war unbekannt, er ist dann geworden Zimmermann, nicht einfacher Arbeiter und hat sich aufgearbeitet und hat damit sehr viel erreicht. Möchten Sie damit andeuten? Naja, das ist eine erste Firma, das war ganz klein, weil sie selbstständig gemacht hat, das ist eine erste Firma, waren gerade einmal zwölf Leute, nicht? Heute ist das ein Weltkonzern. Sind Sie da parallel? Die Konzernführung hat ihn jetzt aus dem Führungsbord rausgekauft, weil sie meinen, der bringt ihn im Tagesgeschäft nichts mehr, aber ich habe ja gesagt, der soll sich nicht grinken, nicht? Weil die werden noch auf Kninder hergrutsch kommen. Identifizieren... Das ist alles nur, weil er so tüchtig ist, nicht? Hat er dafür braucht eine Gewerkschaft? Nein, sogar den Lazarus, den alten Dacheneira, hat er wieder arbeitsfähig gemacht und selber war er nie im Krankenstand. Ich sag dir was, am Freitag ist er gestorben, am Montag war er schon wieder an der Arbeit.